moin moin und es geht auch gleich weiter mit 116 bis 120 116 ist wesentlich noch leicht im vergleich zu den anderen ist wirklich schnell zu lösen die etage einfach die generatoren anmachen öffnen und dann geht es auch gleich weiter ab und zu die zombies die wo wir den generatoren klettern die können euch angreifen aber sonst läuft es eigentlich sehr sehr easy dem tour noch öffnen und dann geht es auch gleich weiter erledigt 116 da ist einfach wichtig dass ihr auch ab und zu drohnen nutzt weil die drohnen können auch ein paar eis splitter tanken oder ab und zu trifft zeit die drohnen statt euch ihr könnt es auch rot schmeißen dann ist es wesentlich leichter ihr könnt es auch hier einfach eine drohne nutzen genau die ganze zombies also das mache ich meistens immer das ist immer sehr cool spart euch wirklich sehr viel zeit jetzt geht es noch auf den höheren etagen kriegt man die zombies gar nicht mehr down und deshalb ist dieser trick wirklich sehr hilfreich und es spart euch wirklich sehr sehr viel zeit bis zum nächsten Mal bis zum nächsten mal Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020